Eine alte Kommode wird personalisiert. Wegen einer Dachschräge müssen die Beine leider ab. Da ich das Möbel gleich streiche, kommen alle Türen ab und auch die Beschläge. Und natürlich wird abgeklebt. Da ich mit Shoppaint arbeite, ist ein Abschleifen nicht notwendig. Wie immer beim Streichen nicht zu viel Farbe auf einmal auftragen. Zwei bis drei Anstriche sind hier ausreichend. Nach dem Trocknen könnt ihr, wenn ihr mögt, die Ecken und Kanten abschleifen. Chalkpaint wird immer versiegelt mit sogenanntem Clear Wax, also mit klarem Wax. Zum Schluss kommt noch dunkles Wax in alle Vertiefungen, das sogenannte Dark Wax.